Ein Versprechen wird gehalten. Ruffy vs. Corby. Worauf wartet ihr denn noch? Der Erste, der mir Whitebeard's Kopf bringt, kriegt ne Beförderung! Ja! Ja! Nein! Ja! Ja! Vater! 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 Haltet euch da raus! Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass mich die paar Mückenstiche in die Knie zwingen können! Ich brauche keine Hilfe! Diese Affen glauben wirklich, dass ich schon am Ende bin. Aber daraus wird nichts! Schließlich bin ich Captain Whitebeard! Schande! Schande! Oh, 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 oh. Ah! Untertitelung des ZDF, 2020